Stichwort Stress. Wie oft habt ihr euch gedacht, oje, ich bin ganz schön gestresst? Im Studium sind es oft wahrscheinlich die Prüfungsphasen, in denen für viele Prüfungen auf einmal gelernt werden muss. Oder enge Abgabetermine, wenn um 12 Uhr abends die Seminararbeit abgeschickt werden muss, man aber noch lange nicht fertig ist. Aber auch soziale Events oder Konflikte lassen Stress entstehen. Aber wie entsteht wirklich eigentlich dieser negative Stress? Ein Erklärungsmodell ist das transaktionale Stressmodell von Lazarus. Und anhand dessen will ich euch kurz erklären, über welche Bewertungsprozesse Stress entsteht und wirkt. Von der Welt um uns herum kommen sogenannte Stressoren auf uns zu. Diese Stressoren können vielseitig sein. Sie können, wie gesagt, Aufgaben wie Prüfungen oder Seminararbeiten sein. Aber eben auch soziale Kontakte und Beziehungen können als Stressoren wirken. Diese Stressoren prasseln erst einmal relativ neutral auf uns ein. Und jeder von uns nimmt sie unterschiedlich wahr. Diese wahrgenommenen Stressoren werden individuell bewertet und interpretiert. Sie können grob als positiv, gefährlich oder irrelevant interpretiert werden. Wobei dies von Person zu Person und von Situation zu Situation unterschiedlich sein kann. Zum Beispiel, wenn eine Prüfung auf dem Hörsaalplan steht, kann diese total irrelevant sein, wenn man diese gar nicht schreiben muss, auch wenn sie objektiv stattfindet. Im Gegensatz dazu werden die Kommilitonen, die diese gleich schreiben werden, sehr wohl gestresst sein. Ein Treffen mit den Kommilitonen zum Tischtennisspielen kann einfach nur positiv wahrgenommen werden, ohne viele Gedanken an negative Auswirkungen haben zu müssen. Für andere können solche Situationen aber als Drucksituationen verstanden werden. Sind die Stressoren aber subjektiv irrelevant oder positiv, führen sie nicht zu einem negativen Stress empfinden. Ist eine Situation jedoch herausfordernd, bedrohlich oder könnte ein Verlust mit sich bringen, dann kann dies in weiterer Folge zu negativen Stress führen. Nehmen wir erneut das Beispiel der Klausur. Für die meisten sind Klausuren eher eine Herausforderung, mit ausreichend Aufwand eine beherrschbare oder bewältigbare Situation und seltener eine Bedrohung, bei der Schaden oder Verlust erwartet wird. Nach dieser Primärenbewertung des Stressors erfolgt eine weitere sekundäre Bewertung, bei der geschaut wird, welche Ressourcen stehen mir denn zur Bewältigung des Stressors zur Verfügung. Im Falle der Klausur könnte dies unter anderem die Hilfe von Kommilitonen in Lerngruppen sein oder es handelt sich bei dem Lernstoff um bereits bekannte Themen. Findet man sich aber in der Situation, dass man zum Beispiel nur noch wenige Tage Zeit hat zum Lernen und die Lernunterlagen unvollständig sind, führt das dann dazu, dass man seine Ressourcen als nicht ausreichend bewertet, was wiederum zu einem starken negativen Stressempfinden führt. Und wie man dann mit einer solchen Situation umgeht, ist unterschiedlich und passiert im ersten Moment oft auch unbewusst. Entweder man ändert seinen Bezug zum Stressor, um die negativen Gefühle zu reduzieren, indem man zum Beispiel sich in Erinnerung ruft, dass die Klausur gar nicht so schlimm ist und man notfalls noch einen weiteren Versuch hat. Oder man geht eher problemlösungsorientiert an die Situation heran, indem man sich Hilfe holt und versucht, als einer erdrückenden Bedrohung eine bewältigbare Herausforderung zu erschaffen. Diese sogenannten Coping-Strategien unterscheiden sich von Person zu Person und von Situation zu Situation. Besonders hier können Trainings, Coachings und die Hilfe von anderen ansetzen. Mehr dazu werden wir aber in einem anderen Video erfahren. Im dritten Schritt wird der Erfolg der Coping-Strategie bewertet, um sich dynamisch an die veränderte Situation anzupassen. Dabei wird die Situation ähnlich zur primären Bewertung neu bewertet. Haben wir gelernt, wie wir mit der Bedrohung durch die Klausur umgehen, indem wir zum Beispiel Hilfe in Anspruch nehmen oder die Klausur als weniger bedrohlich fühlen, stellt sich die Klausur eventuell nur noch als Herausforderung dar, mit der man wachsen kann. Ebenso kann aber auch eine primär schaffbare Herausforderung zu einer Bedrohung werden, wenn man diese nicht bewältigen kann. Negativer Stress entsteht also für jeden unterschiedlich und ist besonders abhängig von den vorhandenen Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten. Jedoch ist Stress nicht grundlegend schlecht. Eine bewältigbare Herausforderung fördert die Entwicklung und das Lernpotenzial. Sucht und gestaltet euch also Aufgaben und Ziele, die euch herausfordern, jedoch nicht eure Ressourcen übersteigen.